Das ist Schütze-TV mit dem ersten Fussball-Podcast der Schweiz. Let's do it! In der Altstadt von Jerusalem steht sie. 48 Meter lang und 18 Meter hoch ist sie. Die weltberühmte Klagemauer. Was nur ganz wenige wissen, auch auf der Schützenwiese in Winterthur steht so eine Klagemauer. Versteckt hinter der Bierkurve im Pissoir Nord. Aber auch sie ist eine Pilgerstätte. Und wie in Jerusalem gibt es trennte Eingänge von Frauen und Männern. Heute müssen drei Punkte hin. Winter gegen Faduz, ein Spitzenkampf auf der Schützenwiese. Für einmal kommentiert durch die Bilder der Klagemauer im Pissoir Nord. Jetzt schmeckt es nach einem Sieg, Mann. Meinst du nicht? Auf Sieg! Ja! Nein! 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 Wuuuut! Das ist der einzige Ecke. Der Alte Kug ist so. Zwei Situationen. Eines Kug. So schönes 1-0 mit dem das. Und weiter! Hinten hinein möchte ich ablöchern, oder? Beide Goals! Mit dem Wilm, das ist klar, dass wir gekommen sind. Wir machen alles zu, oder? Weisst du, der Wozic macht die ganzen Sätze, er macht auch die Belgien vom anderen. Die zeigen eigentlich nicht. Und das war jetzt wirklich euer Monen, es ist wirklich nicht gekommen, das ist blöd. Hey, 2-2! Ja, ja, das wissen wir! Hast du das hier? Ich kann nicht weiss, ich kann nicht weiss, dass es das Goal gibt, das Brauch ist... Wie ist es gegangen? Ich habe es einfach nicht gesehen. Ja, ich habe nicht. Es ist einfach nicht. Irgendwann gehen wir ein Bier kaufen und dann ein Reise und sagen, ich habe es nicht gesehen, kann es gehen. Ich habe nicht gesehen, ich kann es gehen. Aber es ist mir wirklich ein Zeitpunkt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gerade ist Pause im Spitzenkampf. Der letzte Kampf. Hey! Hey! Alter. Hadi, ey! Hey, teased halt weiter. Hey, teased! Hoi, hoi, hoi! Hoi, hoi, hoi! Niemasss… Haas Нуst. welcomeaz zu T.A. Ja, das ist jetzt wirklich gut zu sein, das ist jetzt wirklich gut zu sein. Schau. Hey! Scheint hätte er, oder hätte sie? Sicher nicht. Nein, nein, nein! Nicht mehr? Hey, hey, hey! Komm, du! Ah, herrlich! Ich liebe dich. Ich liebe dich. Wo schauen? Natürlich auf dem Kanal von Schützi-TV. Wieso der Ball zum Siegtreffer über die Linie rollt, weiss nur einer. Es war schön, oder? Herrlich. So muss es sein. Du musst es machen. Du musst es machen. Du wirst auszufangen. Nein, nein. Du musst es machen. Du musst es machen. Der Boden ist nicht so einfach. Aber 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 der Boden ist nicht so einfach. Dann muss es ja nicht voll. Dann müssen sie auf Nummer sicher. Geiler Matsch besitzen. Der Bier ist doch gekauft. Er wird nicht richtig getroffen. Ja gut, der Ball ist gerade der Trock. Dann endlich ist Schluss. Ja gut. 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 90 Minuten kommentieren, lamentieren, urinieren sind vorbei. Bis zum nächsten Mal an der Klagemauer von Winterthur. Hacke Peser. Hacke Speser. Hacke Speser. Hacke Speser. Hacke Speser. Hacke Speser.